Maria, wo bleibt mein Pinna-Colada? Ja, da bin ich gleich in den Arsch. Wir spielen den Radecki-Marsch. Wir sagen, da bin ich Radecki-Marsch. Sorge mal. Wie muss das heute sein? Ich sehe Sonntag. Benediktatou in Muglielimus. Eie Kirchen muss her, das ist ja klar. Ich hab immer Super gespendet. Super gespendet nennst du das? Den ist letztlich kein Breiter Arsch. Ich hab das ganze Geld versorgen. Das Geld für unsere kleine Kirche? Du hast was gemacht. Die haben uns abgemeldet. Das ist ein Wettbewerb für Big Bands. So ein Haufen Geld haben wir. Ich glaub, da brennt der Kittel. Wollst ihr immer bringe werden? Ja, wenn ihr den Handel... Eins! Zwei! Halt! Moment! Tust du dich da jetzt zum Dirigent aufmanteln, oder was? Mal das Dackel! Hark aus, schnell! Wir haben das! Wir haben ja gar nicht angefangen und schon ist krach! Griffel weg! Wo ist denn das Klo dahinter? Du hast uns ins Rothlichtviertel reingesteckt! Ihr hätt gesagt, so billig wie möglich! Wir haben Bugen, Kammern und Stube. Die Kammern sind für zwei Personen mit Brause und Pott in der Kammer oder mit Brause und Pott auf dem Flur. Wenn sie unbedingt wollen, kann ich natürlich auch eine Kammer mit Brause und Pott auf dem Flur als einzeln verkaufen. Aber das soll man ein bisschen teurer, ne? Ich will räumen! Der Vater, das mitkriegt, ist ja was los! Was ist los? Nix! Und ich weiß nicht wo, der kommt mir stark, weil ich Obacher zum Schaffer hab. Da gibt's nur eugige Gift, ein kleines Niedle, das mir hilft. Und es kann schübeln ab, du abgehörst! Ich bin eh wieder schuld! Du schnarchst ab! Du fetter Hex! Möchtest du mit Eum Fontaine verwandt sein? Ich glaub nicht! Gästchen! Ich connect! Abonnalen! Bei euch!